Jeunesse perdu, verlorene Jugend. Diese beiden Worte umreißen das Geschehen hinter den glänzenden Fassaden der Londoner Universitäten und Hochschulen am treffendsten. Am besten wir porken das Thema heute Abend bei dir nochmal durch. Einverstanden. Gut, dann komme ich so gegen acht bei dir vorbei, okay? Hallo Jungs, wartet einen Moment. Ich habe eine tolle Idee. Komm, steig ein, Michael. Tschüss, Heike. Wiedersehen. Bis morgen. Bleibt euch nicht die ganze Nacht wieder rum. Am Tag sitzen sie in den Hörsälen und Studierzimmern, aber nachts beginnt ihr wirkliches Leben. Und das heißt Alkohol, Rauschgift, Orgien. Oh, Entschuldigung, wir kennen uns gar nicht, Miss. Monika. Monika? Monika Olsen, ich bin der Schweden. Der Perser und die Schwedin. Ein heikler Film über ein noch heikleres Thema. Jetzt sieh auf mit den Faxen, Liebling. Du bist genau meiner Kragenweite und ich denke gar nicht dran, jetzt zu gehen. Mach, dass du wegkommst. Der Perser und die Schwedin. Ein Film, der nichts verschweigt und vieles zeigt, was noch nie gezeigt wurde. So, wir sind angelangt. In diesem Palast von einer Mietskaserne habe ich meine Bude. Ich hoffe, du hast bis morgen früh Zeit. Und wenn nicht? Oh, das macht nichts. Ich lasse dich trotzdem nicht wieder weg. Der Perser und die Schwedin. Ich werde dich sehr vermissen. Aber ihn tröstet schon morgen eine andere. Und das Spiel beginnt von vorn. Ein Spiel mit heißen Eisen. Ich denke, dieses Bild wird dir 10.000 wert sein, wenn du nicht möchtest, dass wir es deiner Frau zukommen lassen. Ich gehe da!